Hallo, heute ist ein besonderer Tag für mich, denn ich darf Sie alle sehr herzlich zum Kurs FIT for Uni, das heißt FIT für die Universität oder Hochschule, begrüßen. Dieser Kurs richtet sich an arabische Muttersprachler, die in Deutschland studieren möchten. Wir bedanken uns bei verschiedenen Institutionen für die Unterstützung. Der Kurs ist ein kostenloses Geschenk an Euch für gute Leistung und Integration. In den kommenden sechs Wochen werden wir wichtige Begriffe vorstellen, die man unbedingt kennen muss, wenn man erfolgreich an einer deutschen Hochschule studieren möchte. Woche 1 beginnt mit den Grundlagen, die man als zukünftiger Student vor Beginn des Studiums beachten muss. Die Begriffe werden immer von einem deutschen und einem arabischen Sprecher erklärt. Danach werden wir in weiteren fünf Wochen die wichtigsten Begriffe des Hochschulalltags kennenlernen. Zusätzlich gibt es zahlreiche Übungsfragen und Hinweise zur Verbesserung des Verständnisses und der deutschen Sprachkenntnisse. Ich wünsche allen einen reibungslosen und sehr erfolgreichen Start an einer deutschen Hochschule.